Yo, yo, yo! Leute! Ja, wir sind wieder zurück! Wir sind wieder zurück! Wir spielen heute wieder Bounce Masters! Ich hatte mega Bock auf das Game und die letzte Folge, beziehungsweise die erste Folge kam übertrieben gut bei euch an. Ich glaube 100.000 Views und der Short hat auch über 100.000 Views. Das ist einfach mega krank, Leute. Dankeschön dafür. Deswegen machen wir das, Leute, nochmal. Und ich würde sagen, wir fackeln nicht lang rum und hauen einfach mal den Pinguin auf die Zwölf, liebe Leute. Wir haben hier einiges, was hier rumzappelt. Erstmal unser Free Daily Gift. Das holen wir uns hier erstmal. Was ist denn das? Oh, 10 von diesen Diamanten. Sehr geil. Dann haben wir hier nochmal eine Free Chest. Die machen wir auch nochmal auf. Okay. Da kriegen wir, oh, 4.000 Coins. 4.600 Coins kriegen wir nochmal. Genau, dann haben wir hier nochmal... Oh ja, das sind die Upgrades, die wir machen können, Leute. Wollen wir ein paar Upgrades machen? Ich würde sagen, ja. Direkt mal zu Anfang die Power upgraden. Huch, jetzt habe ich zweimal drauf gedrückt. Mist, Fly Maximum Speed. Den hier und den hier. So, brauchen wir noch mehr? Speed Force Rebound ist ganz gut. Gut, aber Maximum Speed ist Fly Faster. Brauchen wir eigentlich nicht Get Stronger. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen stärker. So, okay. Ladies and Gentlemen, schnallt euch an. Es wird wild. Können wir noch ein bisschen mehr auswählen? Wow, toll. Man braucht ja für jeden irgendwie so Diamanten. Oh mein Gott. Okay, nee, never mind, Leute. Vergiss das, vergiss das. Wir starten rein. Erste Runde. Und boom. Boom. Oh ja, not bad. Okay. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Wir sind auf jeden Fall einfach im Universum. Aua. Und da war direkt ein Stein. Okay, Leute. Das war die Warmwertrunde. Es war die Warmwertrunde, okay? Das war die Warmwertrunde. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen heiß werden, okay? Heiß werden. Okay, ich habe nicht wirklich meine Hände gespuckt, Leute. Nicht, dass ihr das denkt. Wir brauchen auf jeden Fall viel, viel mehr Schwung. Oh. Yeah. So, weg mit dir, kleiner Pinguin. Wir brauchen dich nicht. Und jetzt. Okay, amazing. Sehr gut. Wir fliegen und fliegen und fliegen. Junge, dieses Spiel. Alter, das ist so nice. New Highscore. Wo sind die Robben? Alter, Digga, wo waren denn die Robben? Warum? Wo waren diese Robben? Wo waren die Robben, wenn man sie braucht? Wir brauchen nämlich diese Robben, um halt weiter zu springen und so. Ihr wisst ja. Upgrade. Holen wir uns direkt mal den hier. So, und jetzt weg mit dir. Boom. Amazing Kick. Und er fliegt und fliegt und fliegt ohne Ende. Hopp, hopp. Da sind sie doch. Oder Seelöwen oder was auch immer das hier ist. Nice. Nice, nice. New Highscore. Nice, nice. Was auch immer ich hier gerade gemacht habe. Nein. Das war gut. Das war sehr gut. Wow. Wir haben eine Kiste für dich. Der hier macht auf jeden Fall einen krassen Dance, Mann. Alter. Boom. Ah, der war nicht so gut. Hm? 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 Okay. Okay. Neuner Kombo. Ah, damn. Damn. So. Let's go. Da rein. Nice. Sorry. Oh, Digga. Hüpf. Oh. Hol dir den. Oh. Digga, wie weit fliegen wir bitte? Junge, was ist das? Okay, das wird's Ende sein. Jackpot. Das war krass. Digga, wie viele von diesen Seelöwen, Robben, was auch immer, haben wir gerade weggefetzt, Mann. Crazy. Beat Force. So, bitteschön. Das brauchen wir auf jeden Fall. Adapt einfach. Sehr geil. Boom. Okay, der ist krass. Komm schon. Komm schon hier oben. Flieg, 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 flieg. Flieg. Kleiner Pinguin. Flieg. Flieg. Sehr gut. Wir haben noch genug Schmugges New Highscore. Noch genug Schmugges auf jeden Fall am Start. Ich zünde halt die ganze Zeit daneben. Aber wir haben New Highscore auf jeden Fall. Ich gehe die ganze Zeit aus dem Bild. Das ist dumm. Das sollte ich nicht tun. So. Bam. Oh, ja. Oh, 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 oh. Wie er auch schon guckt. Sehr geil. Er fliegt und fliegt und fliegt. Er fliegt schon sehr schräg, muss man dazu sagen. Leute. Dieses Spiel ist so gut. Danke an jeden, der mir das vorges... Oh, 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 oh. Oh nein. Jetzt schmust der wieder mit mir. Danke an jeden, der mir das vorgeschlagen hat, Leute. Und es ist einfach insane, dieses Game. Und guck mal, wie die mit den Ärschen einfach wackeln. Yeah. It worked einfach. Es ist so gut. Es ist so gut. Wirklich, Leute. Danke an die Vorschläge von euch. Mega heftig. Aber falls ihr noch weitere so Games habt, schreibt die mir unten in die Kommentare, bitte. Das wäre super, Leute. Nice. Huh. Huh, huh, huh. Huh, huh. Ah. Oh, oh. Mmh. Mmh. Das war's. Nix. Nix da. Ich würde sagen, wir graden Max Speed up. Nochmal ein bisschen. Nochmal ein bisschen. Das haben wir nämlich am wenigsten gelevelt. Vielleicht bringt es ja was. Ich habe keine Ahnung. Wie er mit dem Fisch kuschelt. So goldig. Boom. Boom. Cool. Ob das so cool ist, werden wir gleich herausfinden. Unser Rekord liegt bei 6900. Wir werden es sehen. Okay. Sorry. Ich finde diese Robben, die hier so diesen Fisch im Mund haben, richtig süß. Okay. Robbe. Oder Seelöwe. Was auch immer. Oh, komm schon. Komm schon. Flieg, flieg, flieg. Nein. Wer ist das? Warum will der die ganze Zeit Pinguine kuscheln? Oh. Oh. Oh, 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 oh. Leute, wir haben 50 Gems. Das heißt, wir könnten theoretisch uns hier die Schaufel freischalten. Aber Beat Force Amazing Kick. Ist das... Was ist besser, ist jetzt die Frage. Für richtige Dings, für richtige Coins kann man sich hier nichts holen. Das ist irgendwie voll blöd. Ich mag das überhaupt nicht. Wenn man so... Das ist so ein bisschen pay to win. Aber ich hole mir mal einfach das Ding hier. Mal gucken, wie die Schaufel ist. Okay. Und boom. Autsch. Okay. Er fliegt wie Superman. Juhu. Aber ob das so viel gebracht hat jetzt? Ich weiß es nicht. Er brennt einfach immer noch. Alter, crazy. Okay. Crazy. Auf jeden Fall. Sehr crazy. Wir holen uns Rebound. Boom. Let's go. Okay. Boom. Oh ja. Okay. Jetzt geht es richtig weit, Leute. Jetzt geht es richtig weit. Raumschiff ist am Start. Okay. Kombo Zweier. Komm schon, komm schon, komm schon. Sehr gut. Sehr gut. Jawohl. Wir kommen weit. Siebener Kombo. Mist. Doppelkombo. Flieg, 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 flieg. Ah. Ich will meinen Rekord knacken. Beat Force. Ich will meinen Rekord knacken. Okay. Ich glaube aber, dass wir mit dem Baseballschläger besser sind. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht, weil beim Baseballschläger haben wir immer mal gebrannt. Wisst ihr? Aber hier brennen wir gar nicht, wenn wir... Vielleicht treffe ich falsch. Vielleicht treffe ich falsch. Okay. Oh, meine Augen. Ich kann da nicht hingucken. Alter. Die gehen richtig schnell nach links die ganze Zeit. So. 5200. Ist nicht unser Rekord? Das hier nehmen wir mit. Wir können das hier nur gucken. Mit Werbung. Er fliegt zwar mega weit und er kriegt auch echt einer auf die Nuss. Aber ich glaube, das ist nicht die richtige Entscheidung gewesen. Jawohl. Achter Kombo. Zehner. Zwölfer Kombo. Knacken wir unseren eigenen Rekord. Fünfzehner Kombo. Siebzehner Kombo. New Highscore. Und wir wurden gefangen. Geil. Sehr, sehr geil. Wisst ihr, was ich jetzt mache, Leute? Ich mache jetzt hier einen kurzen Cut und gucke ein bisschen Werbung, damit ich ein bisschen besser werde, okay? Mal gucken, ob das was bringt. Ihr werdet das gleich sehen, ob das wirklich so viel bringt, dass wir hier besser werden. I don't know. Bleibt auf jeden Fall dran. Bis gleich. So, liebe Leute. Was ist mein Fazit dazu? Ich habe jetzt ein bisschen gespielt mit Internet an und habe hier mich ein bisschen reingezockt und sowas. So, ich habe jetzt circa 15 Minuten gespielt und ich kann auf jeden Fall sagen, dass es absolut nichts bringt. So, man kann zwar diese Sachen hier gucken, dann steigt man ein Level, aber das kann man auch theoretisch, indem man viel, viel mehr spielt, schaffen. So, das ist das Fazit, was ich hier zu sagen habe. Finde ich ein bisschen schade, weil ich dachte, weil einige haben mir das auch in die Kommentare geschrieben, so, wow, was war denn das? Tigger, was war das denn gerade? Äh, was wollte ich jetzt sagen? Genau, mir haben einige in die Kommentare geschrieben, dass man irgendwie voll, voll viel extra bekommt, wenn man hier Werbung schaut und sowas, aber, hm, hm, weiß ich nicht. Oh, oh lol, was war denn das? Bin ich ehrlich gesagt nicht so, bin ich ehrlich gesagt nicht so sicher, ob das wirklich so extrem viel bringt. So, wie gesagt, ich habe das jetzt ausprobiert und ihr wisst ja, Leute, für euch teste ich alles. Dafür gehe ich auch übers Glatteis, Freunde. Ihr wisst es. So, hat nicht so viel gebracht, aber ich würde super gerne heute noch meinen Rekord knacken. Ich habe den jetzt in der Folge heute, ich glaube, zwei oder dreimal schon gebrochen und ich glaube, es wird an der Zeit, ihn auch ein viertes oder fünftes Mal zu brechen. Ne, wir uns hier Power holen und los. So, ich habe jetzt übrigens auch wieder den normalen Schläger genommen, weil der einfach viel besser ist. Er ist einfach viel, viel besser. Ich glaube wirklich, dass man, oh Mist, ich glaube wirklich, dass man hier in dem Spiel viel Extras bekommt, indem man mit Echtgeld sich halt was kauft, aber das machen wir nicht, Leute, ja. Das machen wir nicht, okay? Das machen wir nicht. Vielleicht irgendwann mal, aber ich glaube eher nicht. Deswegen gebt euer Geld nicht für so unnötigen Schwachsinn aus. Das wäre super. So. Let's go. Eine Truhe. Die Truhe bringt uns sowieso nichts, weil wir Werbung gucken müssen dafür. Mist. Ein Stein. Alter Kacke, wir waren so nah dran am Ziel. Mist. Das hier wird jetzt unser neuer Highscore. Let's go. Okay, Amazing Kick ist schon sehr, sehr gut. Flieg, flieg, kleiner Pinguin. Flieg. Flieg. Guck mal, da ist einfach eine Telefonzelle oder sowas. Mist. Der war schlecht gerade, den ich gemacht habe. Der war auch nicht so gut. Aber da ist er. Da ist unser Highscore. Leute, sehr nice und er rennt einfach weg. Das ist unser Highscore gewesen. Hier bekommen wir dann 50 Diamonds oder 50 von diesen Gems oder sowas. Keine Ahnung. Ist ja auch egal, Leute. Es ist ein geiles, geiles Game. Und ich denke, ich werde das auch auf jeden Fall noch weiterhin zocken. Privat aber, denke ich mal. Aber falls ihr noch auf Bock ein paar habt, noch auf noch ein paar Bock habt, lasst es mich super gerne mal wissen. Vielleicht kann ich mal so ein Update-Video zeigen, wie weit ich dann im Endeffekt gekommen bin hier in dem Ganzen. Aber trotzdem, Leute. Kuss geht raus an jeden, der mir das Spiel vorgeschlagen hat. Danke, danke, danke. Schreibt natürlich wieder weitere coole Games in die Kommentare, falls ihr wollt. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder beim weiteren Video, meine Damen und Herren. Tschüss. Dankeschön fürs Einschalten. Tschüss, tschüss, tschüss.